. . . Ganz ungläubig würde ich auf einen Kalender realisieren, dass das Jahr 2017 am Ende zugeht. Wenn ich zurück schaue, was so abgegangen ist, gibt es doch ein paar Sachen. Die vier Lebensbereiche, Privat, Beruf, Gesellschaft und seine persönlichen Bedürfnisse, werden in ein neues Licht gestellt. Und 2017 zeige ich mich zu einem spannenden Jahr ab. Vielleicht ist der eine oder andere noch nicht der, den ich gerne herritte. Die Hilfsstelle Rosker Wilde hat mal gesagt, alles wird gut. Wenn alles noch nicht gut ist, sind wir noch nicht am Ende. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Kundschaft, Geschäftspartner, Verbandsmitglieder, Freunden usw. für alle die tollen Momente und Vertrauen auch durch uns immer wieder geben. Herzlich bedanken. Und wenn die eine Kerze langsam am Ende zugeht, bräumt die andere Kerze für 2018. Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit und für 2018 alles Gute, Gesundheit und Erfolg. Villa Gaza – euer Familienbetrieb!